Die Staatsanwaltschaft Wien, die hat Donnerstagvormittag bekannt gegeben, dass Ermittlungen wegen versuchten Mordes gegen eine 28 Jahre alte Mutter aufgenommen wurden. Romina Kaschnitz, die Behördensprecherin der Staatsanwaltschaft, die teilt mit, dass hier Ermittlungen eingeleitet wurden, denn wie berichtet kam es am 29. Juli zu einer Schüttelattacke der jungen Mutter gegen ihr vier Monate altes Baby. Die junge Frau hat angegeben, dass das Baby einfach nicht mehr aufgehört hat zu weinen und zu schreien und deshalb habe sie in ihrer Verzweiflung dann das Baby auch geschüttelt. Das Kleinkind hat allerdings wirklich starke Verletzungen davongetragen. Ein Gutachten, das zuletzt auch veröffentlicht wurde, hat nahegelegt, dass die inneren Verletzungen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit aufgrund eines Schütteltraumas hier auch ausgelöst wurden. Die gute Nachricht ist, dass das Baby nicht mehr in Lebensgefahr sich befindet, allerdings noch auf der Intensivstation. Die junge Mutter hat sich geständig gezeigt, also dass sie das Kind geschüttelt hat, geständig gezeigt, ob es tatsächlich eine Mordabsicht gab. Das wird man dann in einem etwaigen Verfahren noch sehen. Fest steht jedenfalls, dass ermittelt wird. Fraglich ist allerdings, ob die U-Haft gegen die 28 Jahre alte Frau seitens der SDA hier auch noch beantragt wird. Das soll im Laufe des Donnerstages erfolgen.